Kose! Was ist los? Kose! Wer ist das? Der junge Mann. Er hat den ganzen Morgen alles hier abgesucht nach ihm. Vom Fernsehen, Privatfernsehen. Können wir doch so sagen, oder? Ja, ja, natürlich. Sarwatzky, Fabian. Hitler, Adolf. Du musst Deutsches Reich. So, bei dem Manager sagt ihr mir, dass Sie ein Programm haben? Natürlich habe ich ein Programm. Dann lassen Sie mal was hören. So, um... 45 mal zurückgeschossen. Du was? Wenn Sie schon meine Rede zitieren, dann wissen Sie doch sicher auch, wie sie weitergeht. Die geht weiter, ja? Ich höre. Ihre Uniform, die haben Sie aber bis morgen zurück, oder? Ja, natürlich. Das ist schließlich eine Blitzreinigung.